hallo zusammen da sind wir wieder in halo reach und es geht auch direkt weiter mit der nächsten mission new alexandria sind wir nicht gerade abgehauen new alexandria oder nicht täusche ich mich da wir sind ganz alleine gar keine freunde die 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 Was ist das? Kat needs your help running a counter up. It's good to have you back. Sorry I came alone. Make him proud. Oh, kann ich eigentlich das Ding fliegen? Cool. We're flying, Miss Falcon. Wie funktioniert das? Covenant have deployed comm jammers in high-rises across the city. When I find them, you hit them. Hard. Heads up! Banshee! Stand by, Miss. One of our trooper's squads went silent after the hospital got hit. Unmark the location. Complete their mission and take out the jammer. What? Okay. So, jetzt kann ich hier steigen und dann? Kann ich sinken? Weiß keiner. Also, okay. Kombinationen das beiden. Verstehe. Bisschen merkwürdig, aber... So, und jetzt muss ich hier trotzdem einfach landen, oder was? I'm clear. Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Aua. Hm. Ok. Komische fliegende Reilnuss. Was ist das? Nütze ich denn überhaupt hitten? Aua. Ich hab mir ja ordentlich eine verpasst. So. 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 Munition geht langsam zur Neige. Ich dachte das wird eine coole Mission, wo wir ganz viel durch die Gegend fliegen, aber anscheinend ist das nur mein Transportmittel von A nach B. Ich habe gesagt, back auf, ihr Dettelstie, son-of-a-bisch! oh oh, das überlebe ich nicht Deckung, Deckung, Deckung Ach, das macht so ein Schutzschild für die Das weinlose Ding Uh, wo bin ich denn jetzt? Nicht mich hauen, geh weg Eieieieiei So So. Objektiv complete. Ja, natürlich. Warum auch nicht. Ich habe aber keine Lust mich mit denen hier rum zu ärgern. Die sind noch ein bisschen seltsam. Jetzt komme ich hier nicht rein, ne? Aua, aua, aua. Ach, da ist wieder einer dabei mit so einem blöden Granatwerfer-Dingsbums. Ja, okay. Habe ich eingesehen. Durchrennen funktioniert nicht. Dann machen wir es auf die gemütliche Tour. Los. Den haben wir auch. Der ist nur mit seinem Jumppack da beschäftigt. Das ist sehr schön. Das ist nicht so. Das ist nicht so. Das ist nicht so. auch eine neue waffe was das ist okay der typ ist wird man direkt die priorität 1 plus plus eliminiert wollte ich gerade sagen und sonst so habt ihr alle ein schönes wochenende gehabt wie geht's frau und kinder und so geschafft er hätte übrigens auch ruhig mitkommen können ok und jetzt sind auf dem weg oh ho Ja, ich glaube, die sind kaputt. Ich wollte nicht noch weiter darauf rumschießen. Soll ich die jetzt aufsammeln, oder? Reicht das so schon? Aha, da kommt ein anderes Schiff, um sie aufzusammeln. Was? Wo? Okay, wo? Sino-Viet. Das ist nix aus chinesisch und vietnamesisch. Woosh. 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 Swichli werke. Da gibt es sich auch noch. Na gut. Dann gehen wir da mal wieder hinein. Ja schon. Nicht mich hauen, nicht mich hauen. Wer das ja immer übertreiben muss. Der schöne Countrymusik. Oh nein. Ich bin zu spät. Nein. Okay. Oh nein. Ich bin zu spät. Nein. Okay. Sorry. Ich finde das Level gerade unfassbar, äh, ja. Nicht, nicht so toll. Das klang glaube ich auf Papier ziemlich cool. Ich bin zu spät. Ja, ich bin zu spät. Oh Gott. Ich bin zu spät. Ich bin zu spät. Das sind nicht leidens, Mann. Das ist es. Ich bin raus. Hä? Wir kämpfen jetzt? Die Indischen waren ziemlich gut. Jetzt haben wir leidens. Ich bin raus. Oh, ich bin raus. Ich bin raus. Ich bin komisch, dass dem nicht klar war, dass sie gegen Aliens kämpfen. Ich meine, anscheinend hat das niemanden überrascht, dass da plötzlich Aliens aufgetaucht sind jetzt hier und also die haben ja auch direkten Namen und so. Es ist ja nicht so, dass die sagen, oh wie komisch, was ist das? Wo kommen die her? Was wollen die nur? Achja, das ist übrigens die Covenant. So und wie, wo muss ich jetzt hier hin? Da ist der Jammer, also nach unten. Ich darf es nicht. Schwieriges Geschwitz, jede Menge Waffen. Erledigt. Was zum ... Was ist das denn jetzt schon wieder? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Oh, ich hab vergessen, das Jetpack mitzunehmen letztens. Gut, dass ich es jetzt festgestellt habe und nicht in den Abgrund springe. Oh, da bin ich wieder. Okay, ich bin ja kein militärisches Genie, aber ich soll mit einem langsamen, nicht so doll gepanzerten Flieger Luftabwehr-Infanterie ausschalten. Mit einer Bordkanone. Das klingt ziemlich nach Selbstmordmission. Okay, alles nur halb so schlimm. Oh, okay. Fast geschafft, ja. Na dann. Club Herrera. 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 4, 5, 5. Oh, oh, oh. Auf was schießen die so? Das waren ja gerade ganz schön viele auf einmal. Meine Güte. Na dann. Auf geht's. Munition einsammeln. Oh, das sieht aus, als könnte man hier gut Party machen. Oha. Ähm. Ei, 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 ei. Gefühle habe ich bei weitem nicht schweres Gerät genug, um die Typen hier fertig zu machen. Uaaaaaah. Nein. Ah. Toll, der steht genau da, wo der einzige Raketenwerfer liegt. Wollen wir hier noch schönes? Ja. Das ist vielleicht auch schon mal am Anfang. So. Den haben wir. Ja, und ich habe ja so die daneben geschossen. Nein, nicht mich schlagen. Oh Gott. Okay, den haben wir auch. Geht nur noch einer. Ich habe den da nicht gesehen. Also vielleicht fehlen auch noch zwei. Okay. Wow. Wow. Okay. Okay. Wow. 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 Wo-o-o-o, wo-o-o, wo-o-o-o. So... Wuh! haben wir geschafft na dann mission accomplished, ab nach Hause RTB oder nicht evac pelican Was ist denn ein Pelican? Auch das sind die Pelicanen, ok. Transportraumschiffe. Ich bin der Fall. Muske 37, wir werden mit Evett. Solid copy, Command. Appreciate the help. Nummer 601 Steeley-Eye, Spurton. Ich werde die Landinghub jetzt. Come zurück, Lieutenant. Okay, jetzt sollen wir da landen. Schau an dieses Ort. Sie war die Kronjewel. Nicht mehr. Hey, du hast es geschafft. Es ist ein regularer Familienring. Ich glaube, die Musik passt nicht so ganz, ne? Das ist schon besser. George hat immer gesagt, er würde niemals erreichen. Der große Mann war sehr sentimental. Er hat seine Leben gedacht, dass er den Planeten schafft. Wir sollten alle so glücklich sein. Sir, ist das wahr, dass die Gauntlet-Red- und Echo-Team an die Zivil-Evac-Ops gefordert ist? Das sind die Zivil-Evac-Aberge. Ich habe was gehört. Die Begrönte ist, warum mit Spartans auf der Flache verabschieden? Ich brauche den Linken mit Satcom, Kat. Ich habe ihn. Aber diese Konsul hat mehr Schrapnel in das als Transceiver. Du hast nicht antworten meine Frage. Du willst wissen, ob wir verletzen? Ich weiß, ob wir verletzen. Ich will wissen, ob wir verloren haben. Oh, ja. Ich habe noch ein bisschen erkältet. Ja, Atomic Excitement, so würde ich das auch nennen. Oha. Nein! Nein! Ihr Schweine! Nein! Oh! Also, die Covenant suchen auch nach irgendwas. Deswegen sind die hier, ja? Habe ich euch richtig verstanden. Naja, vermute mal, dass das erste Spiel in der Reihe ist. Suchen die nach dem namensgebenden Halo? Das ist nur so eine Vermutung. Ja. 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 Es tut mir leid. Müsste ich jetzt traurig sein? Keine Ahnung. Die war zwar ganz nett, aber ich habe die jetzt, ich sag mal, 10 Minuten gekannt. Also, jetzt hat man sie ja nur in den Zwischensequenzen gesehen. Naja, egal. Bis zum nächsten Mal. Bye.